hallo liebe freunde ein herzliches willkommen zu diesem neuen kurz video und zwar befinden wir uns gerade hier auf grünvergänz und ich war vorhin und habe ein bisschen gestreamt und habe vorher so ein paar einstellungen vorgenommen okay hier überstört einiges also die videoeinstellung passt noch nicht so ganz zumindest die streaming einstellungen wurden überarbeitet ich denke mal hier werde ich die bitrate noch ein bisschen weiter runter schrauben müssen ihr seht selber hier es leckt wenn ich mich drehe okay also wenn es geladen ist dann geht es natürlich einigermaßen die liegebitrate steht im moment auf 4500 profil auf main natürlich auch und an die einstellungen auf film hier in obs und wie gesagt vorhin beim live stream ein paar problemchen mit dem mikro das problem dürfte jetzt behoben sein wie ihr hoffentlich an diesem video hört ich wollte euch nur noch mal darum bitten einfach mal diesen kanal etwas zu raiden so dass ein paar mehr leute hier dazu kommen ich würde mich wirklich tierisch darüber freuen dann gibt es vielleicht auch wieder neuen content neue videos und alles was ihr wollt auf jeden fall bis dahin macht es gut ich wünsche euch einen schönen tag eine gute nacht und ciao euer rostface-de auf cb22 auf griefergames.net und ciao